so leute wir sind wieder zurück diesmal versuchen wir es mit ein bisschen mehr souveränität ich hoffe das klappt stehen die draußen scheiße sind doch welche reinkommen machen wir gleich ich will doch noch einmal ein bisschen aber sonst sind alle an okay ja gut und vielleicht noch einen ins fenster er ist kein fenster scheiße ist auf der anderen seite ein fenster sehr gut leute ich bin stolz auf euch so und auf geht's schade Wir müssen hier unbedingt raus, bevor die noch einen Angriff starten. Naja gut, solange die nur sich selber treffen, sollte das eigentlich erstmal kein Problem sein, ne? Aber wir wollen mal schauen. Wir wollen einfach mal gucken. Naja, die sind überall in dem Laden, also. Äh? Herr Royer, Kontakt bei dir auf 1 Uhr. Ramirez, beim Burger Town sind immer noch Feinde. Wir müssen los. Hä? Was hat der an? Unglaublich. So, komm schon. Da setzen wir jetzt noch einen Otto vors Fenster. Wir müssen den VIP jetzt wegschaffen. Restaurant sichern. Ich bin auf dem Weg, also. Bestell dich. Drüben, Alter. Zieh hoch. Da ist einer in der Burger Town-Küche. Ja, Ziel anvisiert. Auf die. An alle. Wir gehen zusammen von hier zur Burger Town. Klar? Alter. Okay. Auf drei. Auf drei? Okay. Drei. Das ist ein direkter Treffer, Alter 2, 1. Weiter schießen. Ich weiß. Los, los, los. Oh, habe ich alle getroffen? Getroffen. Scheiße. Sind das? Ja, toll. Halte mir die Typen vom live. Gut getroffen, Alter 2, 1. Gut getroffen. Hä? Ach so. Ich habe es zum Kühlraum im Burger Town geschafft. Raptor ist brennen und sicher. Verbündeter Konvoi in Bewegung. Lass mich. Raus. Alter 2, 1. Meldung von Goliathen 2. Feindnachstug nähert sich verbissen. Over. Alter. Premier, benutzen Sie die ferngelenkten Treffer-Raketen. Infanterie nähert sich. Sie dürfen nicht in den Burger Town. Alter. Alter. Ziel verlässt die Deckung. Mehr als uns bestätigte Abschüsse. Gut gemacht, Hunter 2, 1. Habt er davon. Hunter 2, 1. Achtung. Mehr als 15 Feinde nähern sich ihrer Position von Norden. Over. Das ist ein direkter Treffer, Hunter 2, 1. Weiter schießen. Hunter 2, 1. So wieder mehr als 5 bestätigt. Tja. Wer kann, der kann, ne? Wer kann, der... Warum bleiben die immer... ...irgendwo einzeln stehen? Gut getroffen. Okay. Wer hat hier gerade reingeschossen? Warst du das? Erwischt. Gut gemacht. Erwischt. Er hat wieder im Busch gesessen. Kleiner. Guter Treffer. Mehr als 5 erwischt. Mhm. Dankeschön. Hunter 2, 1. Meldung von Rune 1, 2. Feindabend nähern sich von Westen. Over. Öh. Wie? Ach da. Entschuldigung. Ich... ...hab einen nervösen Finger. Mhm. Nichts. Das ist ein furtherer Gewicht. Ich denke, er hat sich bestimmt... Ich denke, er hat sich schon wieder... Ich denke, er hat sich schon wieder... ...haha. Fuck, 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 fuck! Raketen offline, Hunter-2-1! Wow. Okay. 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 Mh, okay. Alles klar. Es ist eine Ruine. Hält das überhaupt, wenn ich da jetzt reingehe? So, weißt du, was ich meine? So, hm? Ein paar Heli-Mobter. Oh, das Wetter ist aber schlecht geworden. Gute Arbeit. Der Helikopter ist hin. Anze 21, Achtung, feindliche Patrouille bei der Bank im Norden gesichtet. Over. Anze 21, Meldung von Zula ist 1. Feindlicher Kampfschrauber nähert sich Ihnen. Over. Da! Feindlicher Kampfschrauber nähert sich! Da ist der zweite Helikopter! Ausschalten! Team! Mehrere Single-Raketen auf dem Dach vom Lade! Verdammt! Das gibt es nicht! Hä? Doch getroffen! Ah, nee. Das war der Falsche. Der Konvoi ist da! Alles zu mir! Wir verschwissen hier! Los, los! Kontakt! Wir müssen zurück zum Konvoi! Los! Premieres! Der Konvoi ist süßlich zum Verga-Town! Hier rüber, verdammt! Los! Premieres! Kontakt auf 2 Uhr! Wir waren nicht! Granato-Vaslav! Premieres! Wir müssen zurück zum Konvoi! Los! Hm. Okay. Ist das hier noch Feindgebiet? In der Tat. Es ist. Ja. Der Konvoi ist da! Alle zu mir! Wir verschwinden hier! Los, los! Hey, ich beeil mich doch! Mein Gott! Hunter 2-1 hier Overlord! Erbitte Lagebricht! Over! Overlord! Hunter 2-1! Fragt gesichert! Wiederhole! Fragt gesichert! Wir rücken ab! Ja klar, ich habe zwei Gewehre dabei, aber jetzt nehme ich einfach noch eins mit. Natürlich! Wir haben immer noch 2.000 Zivilisten in Arcadia! Leute, beeilt euch! Ich will los! Hop, hop! Ich werde Leben retten! Mhm. Hm. Ich erreiche niemanden! Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rochas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt! Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf! Ach komm schon! Die Miliz nähert sich! Da sind fast 200 von denen! Vorn und hinten! Wir müssen uns bis zur Landezone durchkämpfen! Los geht's! Alles klar, los geht's! Wir haben noch siebeneinhalb Minuten. Kriegen wir das hin? Nikolai! Wir sind oben in Elendsviertel und von Milizkämpfern umstellt! Der Helikopter muss zum Markt! Oberst! Nur! Okay mein Ziel! Ich bin auf dem Weg! Wir müssen zum Helikopter! Durch das Tor zum Markt! Bewegung! Alle bereit machen! Laden und entsichern! Wir müssen mit dem Weg! Wir müssen durch das Tor zum Markt! Wir müssen das Tor zum Lokomfeld von Süden! Bodenziele nähern sich von Südosten! Was zur Hölle? Oh. Flughafen. Alter. Finne. Ernsthaft? Hä? Ach, bleck mich doch. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwas erreichen können, wa? Arsch. Oh. Sehr schön. Aber ich glaube, dass es gleich gibt es auf dem Markt, ne? Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig ist es jetzt ca. 9 bis 10 Jahre her, aber könnte sein, dass ich mich noch an so einiges erinnern kann. Okay. Okay, das ist... Nein, daran nicht. Hier lag doch gerade eben noch. Ach da. Nein, hier lag eine mit Visier. Ach egal. Egal sag ich. So, du. Seife. Seife? Warum nicht? Ja. 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 Ich muss sagen, diese Mission in Rio rufen bei mir alles an Hass wieder in Erinnerung zurück wie damals. Oh. Da war war doch. Ah, Ghost. Okay. Ah. Ah, ja. Okay. Ah, aha. Ah, ich bin hier. Going to see the fire soldier. Mhm. Trotzdem würde ich doch jetzt gerne einmal in Ruhe hier... Verdammt! Warum? Warum? Unglaublich. Nee, es ist scheißegal, wo du bist. Von überall. Von überall, Alter. Jaa. Roche! Auf die Kreuzung! okay also der multiplayer ist verdammt noch mal viel schneller und da ist es auch ein bisschen einfacher sich zu bewegen und agiler zu... na ihr wisst hallo ach so da geht es weiter das ist rechts hier noch mal gucken ach scheiß mal auf die aufklärung sind nicht müssen um dateien mhm ja Okay, das wäre nur ein anderer Weg gewesen. Alles klar. Läuft. Wo? Alter. Es ist unglaublich. Naja, wir haben wieder Muni. Alles gut. Besser. Alles gut. Wir sind nur ein kleiner Vorstadt-Rambo. Alles gut. So, das ist Nima. Junge. Oh, Entschuldigung. Auto zielen ist nicht mehr so, oder? Oh, Gott. Okay Payflow Okay Einfach mal ihm mit der Herr Das wird nicht reichen Noch mehr Feinde nähern sich dem Markt Och komm schon Zu gefährlich Wir werden die Landung nicht überleben Okay Wir werden uns da Viel Glück Okay Gott ich bin erscheint sehr unsportlich Oh verdammt Nein, nein, nein Oh fuck Ey, es ist scheiße Wenn einer mit der linken Und einer mit der rechten Hand greift Ah, Experten Oh fuck Roach, es sind zu viele Verdammt nochmal raus Doch nicht auf die Dächer Bewegung Vereilung Rauf auf die Dächer Roach, wir umkreisen das Gebiet Aber ich sehe sie nicht Sie müssen auf die Dächer Ich versuch's Wie komm ich da hin Fuck, 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 fuck Ich sehe sie, Roach Springen sie auf die Dächer Wir treffen uns süßlich von ihrer Position Los Komm nach Treibstoff Muss in 30 Sekunden los Roach, der Treibstoff ist knapp Sie haben 30 Sekunden frei Überhaupt kein Druck Links, nach links und runter springen Na los Überhaupt kein Druck Springen Wir haben ihn, Nikolai Raus hier Haben er Wo hin, Käpt'n Bringen sie uns zum U-Boot Oh Alter So Leute Das war's für diese Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis bald Ciao